Hallo liebe Freunde und willkommen zu einem kurzen Infovideo zum heutigen Tag, dem 22. Juni 2014. Und zwar wird es heute einen spontanen Livestream geben zur Daysee Standalone. Da werde ich dann zusammen mit Das Let's Fail und Twist LP ein bisschen zocken, ein, zwei Stündchen. Beginnen tut das Ganze um 16.15 Uhr und das Switch-Profil, unter dem ihr das Ganze dann live verfolgen könnt, findet ihr in der Videobeschreibung. Die ganzen Folgen, die dann quasi daraus entstehen, also der ganze Livestream etc., den werde ich dann auch noch zusätzlich aus meiner Perspektive aufnehmen. Ihr werdet den Livestream nicht aus meiner Perspektive sehen, sondern aus der Perspektive von Twist LP. Aber auf dem Kanal könnt ihr dann, ich schätze mal in ein, zwei Wochen, ja so lange dauert es leider, die ganzen Folgen oder den Livestream an sich nochmal komplett mitverfolgen können. Ja, das war es dann soweit von meiner Seite aus. Ich hoffe, wir sehen uns dann um 16.15 Uhr zum Livestream. Bis dahin und vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Ja, wie immer. Ciao, euer Fennec. Ja, ich hoffe, wir sehen uns dann.